Okay, also Schrottmord war ein ziemlich kalter. Was machen wir dann? Fangen wir oben an, machen die Wetterkontrollstation mit dem Boss namens hässlicher Tütengnom. Kabelschwamm. Da war gerade ein Herzcontainer-Upgrade. Da oben in der Wand drin. Warum bin ich dort hin? Habe ich es noch gewusst? War es Verflex? Ich glaube, es war eher der Untersuchungsreflex. Ist dort irgendwas oder nicht? Da kommen Kameras aus dem Boden. Das ist... Nein, das ist ein Staffel. Und es regnet. Diese Kugeln kontrollieren, glaube ich, das Wetter. Jetzt regnet es und wenn ich sie kaputt mache, dann regnet es. Also, ihr seht, es ist ein faszinierender Zusammenhang. Ich glaube, ich würde dort gern hoch. Kann ich dort hoch? Ah, das könnte gehen. Knappe Sache, aber das könnte gehen. Und hopp. Ha. Hallo Froschi. Bringt das was hier einfach wegzuspringen? Nö, bringt überhaupt nichts. Warum ist das da? Und hopp. Und hopp. Und... Hallöchen. Was haben wir denn da? Außer zwei Leben. Aloha, mein Schatzi da. Ich mag dich. So, ich gehe jetzt trotzdem mal noch den Weg unten lang. Einfach nur, dass ich ihn gesehen habe. So, auch wenn er nicht der angenehmste Weg aller Zeiten ist. Und ja, noch mehr Stacheln. Oben lang ist doch bedeutend bequemer, muss ich sagen. Ein Aufzug. Fahren wir hoch? Nein, wir fahren runter. Runter ist auch cool. Runter ist eine Bostür. Die funktioniert auch nicht. Wo sind wir? Wetter. Wetter. Bostür. Wann können wir mit dem Dingern was machen? Na, gute Frage. Weiß ich gerade auch nicht mehr genau. Äh, ich glaube, ganz so tief runter würde ich nicht springen. Das sieht tödlich aus. Wir haben noch keine neue Waffe. Schade. Hallo. Nein. Nein. Danke. Äh, ich steig aus. Irgendjemand hat doch gesagt, schade, dass der Aufzug nicht irgendwie oben Halt macht. Ne, äh, schade, dass der Aufzug oben Halt macht und nicht noch weiterfährt und einen dann zerquetscht oder sowas. Ja, jetzt wäre es soweit gewesen. Geh mal kaputt. Warum mache ich die kaputt? Keine Ahnung. Vielleicht mag ich es nur nicht, wenn andere Leute tolles Spielzeug haben. Au. Oh. Huh. Der pflanzt Sachen. Dankeschön, Froschi. Geh mal weg, du. Ha. Ich lass mal eins ganz, oder? Nö, ich mach mich kaputt. Alle kaputt machen. Geh mal kaputt. So. Zack. Ey, 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 ey. Nix hier kuscheln. Hallo, Kamera. Hallo, Kamera. Versteckte Kamera. Ha. Ah, der war gut. Ja, das nehme ich. Und. Das nehme ich auch, wollte ich schon sagen, weil ich gedacht hätte, dass der sowas fallen lässt. Hat er aber nicht. Nein. 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 Tja, dumm gelaufen. Boss Tür. Der Level war irgendwie sehr kurz, oder kommt es mir nur so vor? Machen wir mal den komischen Wetterkontrollschwamm. Der hört sich nach dem Beklopptesten. Direkt als erstes. Oh. Oh. Ich glaub, wir hätten das richtige Spielzeug dabei. Okay. Ein bisschen machen wir mal gerade ohne, dass wir sehen, was er so kann. Also, er ist so ein Anhänger, der schwingt, der Ding-Fraktion macht. Ist jetzt nicht der allerhärteste Junge auf dem Spielplatz. Das nervt ein bisschen schon. Spannend. Oh, er wird böse. Er wird böse. Jetzt hat er einen Stachel auf dem Kopf. Und kann Blitze. Was bringt das, dass er jetzt böse ist? Huch. Jetzt wird er noch böser. Jetzt hat er wieder einen Stachel auf dem Kopf. Jetzt hat er wieder eine Blume. Ich verstehe ihn manchmal nicht. Schlitz. Ich hab ihn zerschnitten. Das war ein Spezialkill. Mit der richtigen Waffe beim richtigen Gegner. Wir kriegen noch was Neues. Oh, und was kriegen wir jetzt? Also, diese kleine, witzige Kette, die er so gemacht hat.